Willkommen zu eurer neuen Aufnahme. Let's play Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelists. Ich mag mein Deck. Ist es nicht diesmal auch ein anderes? Ja, immer noch mit mir. Ja, ich hätte gerade ein anderes nehmen können, aber ich hätte keine Lust drauf. Weil ich habe jetzt, auch wie ich gesehen habe, die richtigen Entscheidungen damit getroffen. Gegen dieses Deck will ich mit den anderen nicht spielen. Ist doch mal durchaus interessant, würde ich denken. Du Mundstixalsdarm. Ja, das Problem ist nur, ich muss auch die Karten dann richtig ziehen und spielen. Das wäre zu wenig die Karte. Was? Achso, nee, was? Ja, okay. Das wäre jetzt ein sehr verwirrendes Gespräch. Naja. Ja. Und denn? Das gefällt mir jetzt nur zwei Kartenverdeckte, das gefällt mir dann überhaupt nicht. Das wär's dann. Ach, keine Sorge, so schlimm ist es wie nicht. Ich habe eine Fifty-Fifty-Chance. Genau genommen. Wie soll ich sagen? Nicht mal das. Was? Kann ich nicht aktivieren? Warum nicht? Okay. Warum? Weil ich nichts anderes hatte. Die andere Karte ist eine nutzlose Karte, die eigentlich die andere Karte hätte schützen können. Oder gilt das nur für Monster? Ach, gilt nur für Monster. Meinst du Schicksalstür oder was? Nee, das war das, was vom Angriff geschützt hätte. Nun, das wäre das. Was schützt denn noch vom Karten-Effekt? Das reicht nicht. Oder vom Monster-Effekt. So, das wäre das. Und jetzt kann ich nichts weiter tun als Verteidigungskarte setzt. Was? Somit sollte ja wohl klar sein, wer gewonnen hat. Ja, ich ziehe gerade ganz gute Karten, aber ich kann sie nicht spielen. Das ist doch egal, du hast einen Monster auf dem Feld durch deinen Stein der Legende, durch deinen roten Stein. Das weiß man schon. Roter Stein der Legende. Ja, aber ich kann nur einmal deinen Monster zerstören, was kommt. Ach, weißt du was? Ich beende das ganz viel schneller. Och, bitte sehr, du machst ein bisschen Damage. Ich habe nicht genug... Äh, naja... Todes Wunsch um selbst anzugreifen. Weißt du, was ist einer, wo ich dir die ganze Zeit selber Schaden noch zugefügt hätte im Duell? Ja, aber das war nicht absichtlich. Doch, das war sogar absichtlich. Naja, das muss man das einzige machen, was noch geht. Wieso habe ich das gewusst? So... Ich tappel schon, das war zu nett. Wozu? Ich habe nicht mal Monster die angreifen können. Im Ernst? Oh, Schickleitsdam, das reicht mir schon. Ach, da habe ich einen Monster. Siehste? So, dann auch das hier. Dann hätte ich wenigstens ein winziges bisschen mehr Chance. Was? Komm schon, die richtige Leitung muss jetzt kommen. Aber ich glaube, ich braue nicht gerade auf meinem Gesicht. Ich bin mir sogar 100% sicher, dass ich verliere. Pfff... Ach, wo? Wo? Nein, ich bin mir sicher, ich verliere. Extremst sicher. Dann kann ich ja das hier machen. Nun sehen ein paar 100 Angriffspunkte plus für meine Schicksalsdame. Ähm... Ja, den Effekt möchte ich gerne aktivieren. Das könnte reichen. Hat die Karte nicht auch einen Effekt, wenn sich die Karte verliere? Jetzt kommst du! Ähm... Nee, hat die nicht die Karte. Ich muss kurz ausrechnen, das wäre dann plus 300... Oh doch, komm doch! Nein, das reicht leider nicht. Schade. Obwohl... Da fällt mir ein. Ich müsste einen Sachgang machen. Und zwar ein bisschen mehr Power. Ja... Aber mehr leider auch. Nicht mehr mehr gewährt. Okay, das wäre jetzt die Karte, mit der ich am wenigsten gerechnet habe. Muss ich jetzt zugeben, wie ich gerade gezogen habe. Das wäre jetzt... Das wäre jetzt... Das wäre jetzt... Das wäre jetzt... Wenn man das umgerechnet... Das kann ganz problematisch werden. Und genau, 100 zu viel. Soll ich das trotzdem machen? Ach, was weiß ich, wenn ich die Karte wenigstens rauskomme. Nun denn, da jetzt nichts mehr... Ah, jetzt weiß ich, ich kann... ... noch irgendwas bringen würde, würde ich mal sagen, bringen wir das mal schneller zu ändern, ne? Aber andererseits nein. Selbst wenn es überhaupt keine Chance gibt, dass ich irgendwie noch irgendwas dabei retten könnte... ... ich werde nicht... Und ja, ich habe gerade absichtlich mein Monster geschwächt. Einfach, um das wieder drauf zu haben. Okay. Das wäre das. Bitte? Oh. Eine Nervenkarte. Ich weiß, ich hätte effektiv... ... hätte ich dir mehr Schaden zufügen können, aber lieber so als anderswo, ne? Du schreibst nämlich die Fieste und Drachen an. Spar doch deine Angriffspunkte. Ah, die wollte ich gerade weg haben. So kann ich nämlich im nächsten Zug dich besiegen. Als ob ich hier irgendwas dagegen machen könnte. Jetzt mal ernsthaft. Da ist endlich ein Monster gebraucht, um die zu aktiv ist. Das sieht so aus, als ob ich ein Monster hätte. Ich kann jetzt von Kau verwenden, dass ich weiß, welche Karte das ist, die da unten liegt. Aber... Dann stehst du mit 100%iger Verständlichkeit falsch. Sicher. Ja. Wir können dich ja auch mal so machen. Du sagst jetzt, welche Karte da ist und ich sag dir, ob du richtig siehst oder falsch aktivierst. Ich schätze, es ist einfach eine Spiegelkraftkarte. Tja, dann kannst du sagen, ich aktiviere die Karte und du liegst komplett daneben. Oder mach voller Fiete. So, damit du dich einmal schickst das Darm im Wasser in der Verteidigung. Das ist ein Angriff und wäre abgeblockt. Zum Ersten ist es nicht gut. Ja, das hätte dein Tod bedeutet. Schade. Nächste Runde ist es dann klar. Und trotzdem sind wir schon wieder bei 8 Minuten. Ja. Schafft man so schön den Racken. Schnell. Okay, können wir mal drin. Obwohl. Nö, er zerstört die Garde jetzt. Da kann ich doch wetten. Du hast es rausbesprochen. Du hast es ja rausbesprochen. Was denn? Ich hätte doch eh nichts anderes machen können. Das war die einzige Karte auf meiner Hand. Also, was hätte ich anderes machen sollen? Also, was hätte ich anderes machen sollen? Du hast es ja rausbesprochen. Es war die einzige Karte. Was hätte ich anderes machen sollen? Ja, klar. Das ist mit deinen Worten. Mit deinen Worten. Ja, die wird er jetzt vielleicht zerstören. Und genau in dem Moment ziehe ich den Brecher. War doch auch so. Ja, wie es perfekt gepasst hat einfach. Nur denn. Das war Deer Sale. Erstmal noch ein Joy-Pack öffnen. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, das. Warte mal kurz, bitt. Bis zum nächsten Mal. Bye.